willkommen zu einer neuen folge von was denn eigentlich zu dem wohl grinsesten video auf meinem kanal und zwar seht ihr ja schon das ist eine etwas ungewohnte umgebung ich befinde mich hier nicht in irgendeinem spiel befinde mich hier auf meinem youtube kanal in meinem youtube studio und wir werden heute mal ein bisschen paar lachen anschauen und zwar zum einen was ist denn so das erfolgreichste video was ist denn so das unbeliebteste video und was ist denn so mein erstes video aber auch mein erstes video was nicht mehr öffentlich ist ziemlich unangenehm sage ich euch also wenn wir mal nach aufrufen filtern nach dieses video die neuer morgens mit vorstellung das war die das video habe ich an dem abend klopp geladen wo das am morgens abgetaus kam mit der erste map wo die das neu kam hat 60 aufrufen kann man sich nicht beklagen so das zweite ist gewinnt hat sich aber ich würde sagen wir kommen gerade erstmal hier rein willkommen zu einem kleinen neuen folge hier auf der neuen map er hat das hier hallo äh was ist das was ist das was ist das hilfe ich verstehe das nicht abgefasst also auf jeden fall völlig los und am legen super ähm ja das ding ist das habe ich relativ schnell gemacht weil das video relativ schnell hochladen wollte weil eben die map ganz neu war und das video da eben relativ schnell online haben wollte also ist leider jetzt nicht ein meisterwerk mit den legs und so aber das ließe sich leider so auf die stelle nicht beheben zudem es glaube ich beim update release auch ziemlich probleme gab dass es erst nicht funktioniert und so wir können ganz kurz auch noch mal da reingucken das ist die letzte folge nicht die letzte folge treizamt ist die vorletzte folge heute aus einem ganz besonderen anlass und zwar wird das vermutlich letzte folge treizamt sein mit dem tollen schwarzen rand mit dem ich früher immer aufgenommen habe cool oder äh mein kanal schweiler da könnte ich mal neuen machen interessant ich glaube mein unbeliebtes video da aber ich glaube das ist eindeutig hier das mit 57,1 prozent dann tun wir es mal nach datum filtern und zwar nicht nach neuestem sondern nach ältestem wir gucken uns jetzt erstmal das aktuell älteste video an was auch online ist so dann willkommen zu einer neuen folge von minecraft hier auf hypixel habe ich gerade schon gedacht ich habe mein mikrofon genötet gehabt aber klar schlag einfach das mit mikrofon dann ist da alles prima prima kolonia ok ich habe auch schon ein bisschen was so gringend ist online das ist so gringend ist so gringend ist so gringend ist so gringend ich mache das nicht wirklich was ich war dann das könnte ich euch tatsächlich sogar noch angucken ja dann gucken wir mal mein erstes video rein das ist einfach nur dumm das ist auch gringend aber ich würde sagen nicht so gringend weil es gibt einfach keinen ton gar was wäre das habe ich einfach mein kosten oder mit mir geschrieben herzlichen glückwunst absolut ranziges format mit einem schwarzen balken wie unten nice das war auf jeden fall das auch noch ein format was man auf jeden fall benötigt hat um die unterhalb der ganze laut acht mal heiliger mutter mach lieber jetzt geht plötzlich musik los und das ist einfach das ist ein bisschen mit der versuch sein dass die schrift da nicht drauf passt ja nicht mein ernst ist wirklich so schlecht das video das ist wirklich nicht mein ernst das können wir uns weiter angucken tut mir leid das war auch ziemlich gringend war das video ich glaube ich habe zum tollen strich um die regionen also erst mal ich bin jetzt hier schlecht ihr sowieso nicht so jetzt hier unten sieht man einfach irgendwie diese leichte die die taskleiste und im lontal aus dem discord fenster oh mein oh mein gott oh mein gott nein ich habe da noch glaube ich mit einem weiß ich nicht oh mein gott weiß ich nicht mit dem aufnehmen ne weil ich damals glaube ich kein mikrofon hatte und habe ich glaube ich mit dem handy gemacht und dann habe ich mir hier am pc einen account erstellt der hessische aufnahme bin mit meinem handy in die discord sende gegangen und mit diesem account und dann habe ich das oh mein gott und teilweise hat das dann voll geleckt ja aber wofür habe ich das bei diesem video gemacht ich habe nicht mehr geredet das ist mir gerade um aber irgendwas habe ich dann mit discord darüber gemacht und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft bedingungen wars von dem ist aber so dumm direkt aber die tts funktion textlos speeks funktion auf discord benutzt ich habe eingeben schläft tts und dann den text geben der sagen sollte viel spaß und diese musik direkt zum einen viel zu laut und spannern absolut unpass ich habe einfach glaube ich vielleicht sieht man sogar noch um mein gott man sieht das jetzt hier leider nicht man sieht ja noch zweimal diese schrift eben unten noch so ein teil weil es glaube ich der aufnahme weil im hintergrund obs offen ist oder irgendwie sowas also ist einfach mega unangenehm ich habe einfach irgendeine musik aus dem aus der youtube audio library einfach über youtube eingefügt nicht mehr über das litprogramm ich habe es überhaupt nicht gesehen ich habe auf start gedrückt dann das video gemacht und dann auf stop gedrückt einfach qualitätsanspruch oh mein gott wie krass was ist der für einen quatsch xd hahaha haha 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 und darauf bin ich nur stolz experimenten mit tts wow hab ich ja mein erstes video hab ich das nicht mal reingeschrieben ist aber gar nicht mein erstes video das so liebe kleschow sagte nicht bedingen war es bedingungen war es ah jetzt verstehe ich es natürlich ihr wollt mehr von mir kleschow sagte dann halt so nicht bedingungen war es wettkrieg ah der bettkrieg wir nehmen alle bett von uns zu hause bei uns ab und hauen dem gegner das lattenrost auf die fresse oh mein gott das einfach nee sorry und ich würde sagen zwei gucken wir noch und zwar einmal ich mache fernsalami und hier noch ein stream ganz kurz oh 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 und an der stelle habe ich mich dazu entschieden das video in zwei teile zu teilen den nächsten part also die fortsetzung gibt es nächste woche samstag bis dahin ciao